Gestern, genau vor 13 Jahren, hat die kleinste der großen amerikanischen Investmentbanken, nämlich Lehman Brothers, Insolvenz angemeldet. Was folgte? Kennen Sie die Finanzkrise? Entfaltete sich eine Kettenreaktion, weil niemand mehr wusste, wo welche Risiken versteckt sind. Man hatte ja geglaubt, dass die Risiken geringer werden, wenn sie auf vielen Schultern verteilt sind. Das war genau der falsche Ansatz. Denn wenn ich nicht weiß, wo welche Risiken sind, dann mache ich erstmal die Schotten dicht. Genau das ist passiert. Die Banken haben nicht mehr einander vertraut, sodass die Liquidität austrocknete. Und dann kamen die Notenbanken und haben die Liquidität ins System gepumpt. Im Grunde hat sich daran ja noch nichts geändert. Seit der Finanzkrise sind wir in einem permanenten Krisenmodus. Die Notenbanken ermöglichen das Weiterdrehen des Rades bis zur Unendlichkeit. Und jetzt ist möglicherweise ein anderes Phänomen da, nämlich eine Art chinesische Lehman Brothers, nämlich Evergrande, der größte Immobilienentwickler in China, an dem sehr, sehr viel hängt, der Schulden von gut 300 Milliarden Dollar hat und der offenkundig jetzt so pleite ist, dass er nicht mal mehr Zinsen bezahlen kann von Anleihen, die er emittiert hat. Das ist jetzt das große Ding. Das ist die Frage auch, ob Evergrande nur die Spitze des Eisbergs ist, eines Unternehmenssektors in China, wo die staatlichen Unternehmen ja massiv verschuldet sind. China hat ja eine deutlich höhere Staatsverschuldung als Griechenland. Warum? Weil eben die Staatsunternehmen massiv verschuldet sind. Evergrande ist ein Privatunternehmen. Aber wenn schon Privatunternehmen solche Schwierigkeiten haben, wie sieht es dann aus erst im staatlichen Sektor? Diese Frage muss man stellen. Ja, ist das nur die Spitze des Eisberges? Ist das etwas, worum die Märkte sich Sorgen machen müssen? Wir sehen zumindest, in China gehen die Kurse weiter nach unten. Der Hang senkt 2% im Minus. Also da tut sich wieder was. Alibaba unter Druck, die Casino-Betreiber unter Druck, weil Peking ja weiter hier richtig Gas gibt. Aber wird man jetzt Evergrande retten? Das ist ja die Frage, die sich damals auch gestellt hat bei Lehman Brothers. Da wollten die amerikanische Regierung offenkundig ein Exempel statuieren, weil man sich gesagt hat, naja, wir können nicht alle retten. Also hat man praktisch die Kleinste der Investmentbanken pleite gehen lassen, hat aber dann AIG, diesen gigantischen Versicherungskonzern, gerettet. Sonst wäre wahrscheinlich das Finanzsystem wirklich über den Jordan gegangen. Wie wird China sich verhalten, Peking sich verhalten? Genau das wird jetzt die Frage sein. Ist ein Risiko einer solchen Pleite eingepreist, die vor allem dann den gesamten chinesischen Bankensektor treffen würde? Denn diese 300 Milliarden sind vorwiegend eben Schulden, die man gegenüber chinesischen Banken hält. Aber Ratingagenturen wie Fitch etc. haben schon gewarnt. Also da könnte eine Kettenreaktion folgen in China, die eben dann so eine Art Lehman Dynamik entwickeln würde. Zumindest für China. Aber das würde dann auch den Westen natürlich mit beeinflussen. Jetzt sind hier die Onshore Bonds, die Onshore Anleihen von Evergrande vom Handel ausgesetzt worden. Manche sagen, die werden nie wieder handelbar sein. Das sei praktisch der Vollzug des Konkurses. Und das, wie gesagt, ziemlich genau 13 Jahre nach der ganzen Lehman-Geschichte. Hier, Xu Jain war der reichste Mann Chinas lange Zeit. Und jetzt hat er ein Riesenproblem beim Jahrestag am 1. Juli des Geburtstags der Kommunistischen Partei. Da hat er sich noch munter unter die Parteiführung gemischt. Offenkundig in dem Versuch hier, die politischen Mächtigen auf seine Seite zu ziehen. Das scheint bisher nicht gelungen zu sein. Bisher keinerlei Rettungsaktionen von Peking aus. Und da ist eben auch die Parteilinie die, dass man so viele faule Kredite im Immobiliensektor hat, dass man eben hier mal aufräumen will, säubern will, dass die Dinge also nicht aus dem Ruder laufen. Aber wie kannst du eine Blase, und auch in China haben wir ja eine durchaus aufgetunte Immobilienblase, wie kannst du da Luft praktisch entweichen lassen, kontrolliert entweichen lassen, ohne dass dir das ganze Ding um die Ohren fliegt. Das ist eine Frage, die glaube ich nicht nur für China gilt. Hier ein Kommentar in der Wirtschaftswoche von gestern, der sagt also, nein, das ist nicht ein Lehman-Moment. Diese Krise wird sich nicht wiederholen, weil man sagt, naja, Peking wird das schon rausretten. Mal schauen, was da passiert. Jedenfalls sehen wir, dass es durchaus Konsequenzen hat an den Märkten, aber den Gesamtmarkt bisher noch nicht wirklich beeinflusst. Aber den Gesamtmarkt beeinflusst inzwischen schon das, was ich gestern bezeichnet habe als Energiekrise im gestrigen Marktgeflüster. Goldman hat jetzt gesagt, also liebe Hedgefonds, wenn ihr profitieren wollt von dieser ganzen Krise, dann geht mal long in Gaskontrakten die Optionen, die außerhalb des Geldes sind, also wo der Preis noch deutlich weiter steigen muss, damit die ins Geld kommen. Man will also von dieser Krise profitieren. Die Gaspreise, wie gesagt, nicht nur die Gaspreise, massiv gestiegen. Und möglicherweise all das eine Folge dieser ganzen ESG-Politik, also ESG-Nachhaltigkeit etc. Wenn man also letztendlich eine nachhaltige Energie fördern will, was ja richtig ist, dann hat das aber eben auch inflationäre Konsequenzen. Und gestern, ich kann das anders leider nicht darstellen, hat auf YouTube jemand geantwortet auf mein Video, der absolut in der Materie ist. Der ist Carbon-Trader, also der handelt Kontakte von Carbon und sagt, also diese Entwicklung ist praktisch erst am Anfang. Er sieht nicht, wie sich das ändern soll. Da ist eines der Probleme offenkundig, dass die Russen Schwierigkeiten haben, überhaupt ihr eigenes Land mit Gas zu versorgen. Da gab es auch einen Unfall in einem Kraftwerk. Dementsprechend kommt jetzt kaum noch mehr was nach Deutschland, auch wenn Nord Stream 2 jetzt fertiggestellt ist. Dann sagt er, gibt es massive Konkurrenz in Sachen Kohle zwischen China und Indien. Da versuchen alle die letzten Cargos noch zu buchen. Und China hat verboten, jetzt Preisindizes zu erstellen und zu veröffentlichen und hat schon Leute verhaftet. Also die Leute sollen nicht sehen, dass die Preise hier explodieren, damit sie nicht beunruhigt sind. Und auf der anderen Seite eben diese Nachhaltigkeitsgeschichte sorgt dafür, dass die Gaspreise weiter steigen aufgrund der Regulierungen. Dadurch wird Kohle wieder attraktiver, weil eben der Gaspreis so massiv steigt, Kohle dann in Relation zu Gas billiger ist. Kohle wiederum aber hat eine viel schlechtere CO2-Bilanz, nämlich zwei bis viermal so viel CO2-Ausstoß als eben Gas. Und so ist das ein Teufelskreislauf, wo man eigentlich eine gute Absicht hat, nämlich nachhaltige Energie irgendwie nach vorne zu pushen, dann aber faktisch dazu führt, dass mehr Kohle startet. Wir haben jetzt im ersten Halbjahr, diesen Jahresjahr, Kohle als wichtigsten Energieträger wieder gehabt. Das ist die Absurdität des guten Willens. Und da sehen wir eben jetzt weiter steigende Energiepreise, sagt er voraus. Und das wird ein sehr schwieriger Winter. Das dürfte also kommen. Das sind absolute Insider, die ja wirklich im Handel ist, der genau sieht, was auf der Welt passiert. Immer wieder faszinierend, solche Zuschriften zu bekommen. Und möglicherweise ändert sich jetzt insgesamt das Verhalten der Teilnehmer am Markt. Hier Mohamed El-Erian mit einem Tweet, der verweist auf einen Leitartikel in der Financial Times, wo zum Beispiel die Finanzchefs von BMW und Daimler angekündigt haben, okay, wir sehen, welche Pricing-Power wir haben, welche Preisfestsetzungsmachte wir haben. Und wir werden es jetzt so machen, dass wir die Verkäufe unserer Premium-Autos limitieren, um damit eben höhere Preise dauerhaft festzuschreiben, damit die Margen zu verbessern. Also was passiert sozusagen, wenn wir jetzt in einem neuen Regime sind? Wir waren ja vorher fast Jahrzehnte lang in einem deflationären Umfeld. Jetzt kommen wir wahrscheinlich in ein inflationäres Umfeld. Und die Leute beginnen, ihr Verhalten zu ändern. Zumal, wenn alle erwarten, dass das Umfeld inflationär ist, eben auch das eine Art Self-Offering-Prophecy ist, die dann die Inflation praktisch noch anfeuert. Gestern die Märkte dann noch schön ins Plus gedreht. Die US-Märkte nämlich wieder mal den 50-Tagesdurchschnitt getestet, der S&P 500, und dann wie durch ein Wunder nach oben gelaufen, alle Indizes. Da gab es dann plötzlich aus dem Nichts eben diese Wende, nachdem die Märkte zunächst schwach waren. Wir sehen vor allem Energie, war gestern der große Gewinner, 3,8 Prozent, bis auf utilities alle Branchen im Plus. Aber wir sehen eine klare Divergenz zwischen dem S&P 500, der gestern und anderen Indizes in den USA, der gestern nach oben gegangen ist, und etwa dem DAX und dem Bloomberg Europe 500. Also die europäischen Indizes sind nach unten gegangen. Warum? Große Frage. Wegen dieser Energiegeschichte. Man weiß es nicht. Jedenfalls sehen wir hier nochmal den S&P 500, und der zielgenau seine Aufwärtstrendlinie hat verteidigen können aus dem März 2020 oder seit dem März 2020, also seit dem Tiefpunkt der Corona-Krise. Jetzt sehen wir aber, dass die Privatinvestoren, die diese Rally seit dem Tiefpunkt März 2020 immer wieder befeuert haben, deutlich weniger aktiv sind. Warum sind sie das? Weil das Helikoptergeld nicht mehr fließt, weil die Arbeitslosenunterstützungen nicht mehr so fließen, Unemployment Benefits. Und wir sehen daher, dass Call-Volumen rückläufig damit entfällt. Eine wichtige Stütze für die Aktienmärkte. Es gibt stabilisierende Faktoren, wie etwa die Buybacks der Unternehmen. Aber hier die Privat-Trader, die sind jedenfalls jetzt weniger aktiv. Das sieht man oben in dieser Grafik, wo in diesen Rücksetzer nicht so viel reingekauft wurde, wie es sonst der Fall war. Heute im Fokus, meine Damen und Herren, die US-Einzelhandelsumsätze, die also wichtig sind für die US-Wirtschaft. Prognose minus 0,8 Prozent, schon der Vormonat schwach. Wir sehen also, jetzt kaum ist der Stimulus vorbei, dann ist auch der Konsum nicht mehr so doller. Otavio Cortes, die linke Demokratin, fordert ja schon gleich den nächsten Stimulus. Und möglicherweise wird das dann irgendwann auch kommen, weil die Wirtschaft in den USA gar nicht mehr anders kann. Kommen wir nochmal zu anderen Themenbereichen, etwa Krypto. Ray Dalio hat jetzt gewarnt, dass die Regulatoren Bitcoin killen werden, bevor es so erfolgreich wird. Weil man eben dann wahrscheinlich die Transformation von Bitcoin in Fiat-Geld verhindern wird. Das wiederum dürfte dann der Knockout sein, vor allem für institutionelle Investoren. Sagt auch Kathy Wood mit ihrer Prognose, die es ja am Montag gegeben hat, dass Bitcoin auf 500.000 Dollar steigt. Das hält er für absoluten Nonsens. Mal schauen, wer Recht bekommt. In dieser Welt ist alles möglich. Zum Beispiel auch, dass die de facto bankrotte AMC jetzt auch Ethereum akzeptiert, also Ether. Und den Bitcoin Cash als Zahlungsmittel. Bitcoin hat man ja schon länger akzeptiert. Vorbörslich dennoch AMC nicht im Plus. Also wir sehen, das geht immer weiter. Und ich hatte gestern ja auch mal wieder etwas zu Isabel Schnabel gesagt, die sich absolut zu meiner Lieblings-EZBlerin entwickelt, muss ich sagen. Gaber Steingart hatte diesen sehr treffenden Punkt, sehr treffenden Artikel geschrieben, wo er acht Punkte aufgezeigt hat, die gegen diese These von Schnabel sprechen, dass die Inflation dann wie ein Wunder praktisch zurückgeht. Jetzt kommt natürlich Marcello Frascherino, der ja schon so dringend in die EZB will, dass seine Schleimspur ja praktisch schon für den Verkehr gefährlich wird. Wir sehen hier, sagt er, ja, also hier die Inflation, das wurde ja schon vor zehn Jahren immer wieder gewarnt und immer waren die Kritiker falsch gelegen. Isabel Schnabel macht kluge und ausgewogene Argumente. Ja, der Marcello, der will unbedingt rein, nehmt ihn rein, wenn die SPD den Kanzler stellt, dann könnte er der Nachfolger von Jense Waldmann als Bundesbankchef werden. Und unter Marcel Frascher und dem DIW, Deutsches Institut für Wirtschaft, ja eher ein linkes Wirtschaftsinstitut, ist übrigens ein Plan erarbeitet worden. Im Falle, es kommt dann diese Vermögensabgaben, die ja SPD und vor allem die Linke planen, dann würde es so sein, dass jeder, der über Vermögen besitzt, zum Beispiel, weil er Anteile an einer GmbH hat, praktisch nicht mehr so einfach auswandern kann, sondern dann würde man den praktisch festnageln und sagen, guckst du, du warst ja in den letzten zehn Jahren steuerpflichtig und jetzt werden wir mal praktisch dein Unternehmen schätzen, wie viel ist es wert und nehmen an, du würdest deine Anteile verkauft haben, auch wenn derjenige das gar nicht macht, wenn er ins EU-Ausland geht oder in andere Länder. Das würde bedeuten, dass er dann so heftig besteuert wird, dass er sich sehr genau überlegen wird, ob er nicht lieber dann diese Vermögensabgabe in Deutschland bezahlt, die dann kommen würde, wenn linke Parteien hier an die Macht kommen nach der Bundestagswahl. Also das hat schon so leicht einen Charakter von DDR, also die bauen zwar keine Mauer, aber das ist mehr so eine geistige Mauer und das müssen ja keine reichen Leute sein. Gestern eine Landwirtin zum Beispiel, die mit Olaf Scholz gesprochen hat, die sehr viel Land hat, klar, aber dieses Land ist die Lebensgrundlage und wenn jetzt eben diese Vermögensabgabe kommt, ab drei Millionen Besitz oder Eigentum, das man hat, dieses Land ist wahrscheinlich eben so viel wert, dann würden die erst mal viele, viele Tausende Euro bezahlen müssen, dafür, dass sie Land haben, das sie schon seit acht Generationen haben. Das zeigt die Schwierigkeiten dieser ganzen Geschichte. Also da kommen lustige Zeiten auf uns zu, auch bei Evergrande, auch aus China, der Lehman-Moment. Schauen wir mal, was passiert heute, die Einzelhandelsumsätze im Fokus 14.30, morgen dann der große Verfall, der wahrscheinlich nochmal für ziemliche Aufregung sorgen wird. Und also, da bin ich mal gespannt, jetzt wünsche ich das Allerbeste und sage Servus und Ciao. 14.30 reinschauen, spätestens bei Finanzmarktwelt. Ich sage nochmal Servus und Ciao. Also Ciao.